Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das TechTake800693 Polyrathan Lounge Set. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Gartenmöbelset für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Gartenmöbelset unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Im eigenen grünen Paradies lässt sich hervorragend entspannen. Diesen Effekt kann man noch verstärken, wenn man sich für qualitativ wertiges Gartenmöbeljahr entscheidet. Was dieses Gartenmöbelset hier anbetrifft, so gefällt mir insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier qualitative Möbel für deine eigene grüne Oase zu einem fairen Preis erwerben kannst. Das muss letztendlich jeder selbst beurteilen, gar keine Frage. Auch das Design ist ein unglaublich wichtiger Punkt beim Auswahl der Gartenmöbelstücke. Viele Leute möchten eine Art Integrität in ihrem Garten haben, dass einfach alles optisch aufeinander abgestimmt ist. Klar, es gibt auch Gärten, die eher so auf den verwilderten Look setzen. Das kann man natürlich auch machen, aber ich denke, die meisten Leute finden es schöner, wenn der Garten picobello und in einem optischen Gleichklang aussieht. In dieser Hinsicht finde ich gerade dieses Set sehr interessant, denn was würdest du ohne so ein Set vielleicht machen? Du würdest wahrscheinlich 10 einzelne Stühle hier mal kaufen, einen Tisch da und da. Das kann man natürlich machen, aber ich finde, dann ist das alles nicht so gut aufeinander abgestimmt. Ich finde, bei so einem Gartenmöbelset hier haben wir in Sachen Optik den Vorteil, dass das alles so aufeinander ein bisschen abgestimmt ist, dass das irgendwie zusammenpassend aussieht. Und generell, also der optische Stil ist natürlich eine reine Geschmackssache hier, was die Farben und so anbetrifft. Das soll jeder selbst entscheiden. Aber ich finde den Aspekt, dass alles zusammenpasst, wirklich sehr schön für den eigenen Garten. Nicht, dass man hier mal einen lilanen Stuhl und dann noch einen orangenen Tisch und dann noch was weiß ich noch alles kauft. Sondern, dass es schön alles aufeinander abgestimmt ist. Das ist der Vorteil von so einem Set. Über das Material können wir natürlich auch noch sprechen. Ich bin der Ansicht, dass du für den Preis hier wirklich gutes Material bekommst, was das Gartenmöbelset anbetrifft. Aber das ist auch nur meine Einschätzung. Ja, ich will dir das Set ja natürlich auch nicht aufquatschen. Ganz im Gegenteil, ich rege dich dazu an, selbst zu überlegen, erstmal die Frage zu stellen. Okay, was möchte ich für mein eigenes grünes Paradies? Passt dieses Set oder passt das nicht? Denn es gibt so viele, ein so riesiges Angebot, wie dir bei Amazon zum Beispiel aufgefallen sein sollte. Gerade bei so einer etwas teureren Anschaffung, also ja, es ist halt Ansichtssache, aber gerade bei sowas lohnt es sich vielleicht ein bisschen genauer nachzuschauen. Mir gefällt das Set wirklich sehr gut. Gerade das Preis-Leistungs-Behaltnis kann ich als positiv bewerten und deswegen gibt es von meiner Seite aus eine Kaufempfehlung. Das Amazon-Angebot zum Gartenmöbelset werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao!